800 ist schon mies. Ich weiß nicht, was die 800 hier getan hat, aber in dieser Aufnahme werden keine Zahlen. Wer ist alles? Hocki? Ich und Poli? Ja. Und Riki noch. Also so. In dieser Aufnahme hier werden keine Zahlen diskriminiert, Mogi. Entschuldige dich bei der 800. Hallo, willkommen zu T-T-T-T-T-T-T. Ich sag's mal so. Ich sag's mal so. Wo war die 800? Johnny, wo war die 800? Wo war die 800, als Johnny angegriffen hat? Wo war sie? Nee, sie hat mich im Stich gelassen. Urlaub wahrscheinlich. Alter, wie sieht sie hier im Haus aus? Riki hat mich angegriffen. Warum auch immer die Treppe nicht? War Fulis oder nicht? Riki ist innocent? Ja. Warum hat der mich angegriffen? Da ist Riki. Ja, Gott sei Dank. Er ist gestorben. Warum? Okay, Mogi wird irgendwo rumgeblattet. Oh, ich hab die falsche Entscheidung getroffen. Was bin ich? Ich weiß nicht. Was ist hier passiert, Detective? Was zum Check? Ich hab die falsche Entscheidung getroffen. Kann ich mir die eigentlich mit in den Keller nehmen? Ist das ein Traitor? Nee. Den kannst du nicht mitnehmen, Mogi. Das ist ein Traitor, aber... Ja, aber? Der ist ja auch nur ein Mann. Heiße Kartoffeln. Das war ein Dierschlo. Oh, ich wünschte, du hättest mich mit in den Keller genommen. Der Dierschlo ist schon vorbei, wenn die Art Tüten... Das hat sich... Oh, das hat sich gut gefühlt. Also, ich hätte Mogi jetzt ziehen lassen, damit er ihn wiederbelebt. Und ich hätte auch einen wiederbelebt. Einfach damit es fern bleibt. Mir ging es einfach nur darum, weil Fuli dieser Android ist. Und da hatte ich mir... Oh, ja, warte, ich könnte ihn nicht sogar im Keller wiederbeleben. Ey, wieso bin ich nicht hoch? Terra, der Android? Wieso sind meine Waffen jetzt alle so grün auf der Map? Was ist da los? Wie grün? Au. Ich bin grün. Komm mit. Ah, zwei, drei, drei. Ich schließe noch gar nicht auf die. Ich laufe hinter dir, du Arzt. Riki hat auf, ähm, Mogi schon mal geschossen. Guck mal, wie er lacht. Okay. Und sonst bei euch? Lach mich heilen. Komm mal, ich. Ja, komm mal. Woher leben wir? Also, du hast das Abenteuer, weil der Rest ist hier. Ich hab alle im Auge, außer die beiden. Guck mal, ich werde die Kuss mal eben aufheben. Aber ich wette, die sind in diesem Bunker drinnen. Ich hab noch mal Schaden genommen, Riki noch mal heilung. Komm wieder hoch, schnell. Geh mal hin. Die Meffern, wir sind hier. Die sind nicht hier. Nein, ne, sind nicht hier. Ich bin 100. Oh, hi. Yeah. So. Oh mein Gott. Alter, was hast du für'n Skin? Siehst du Hockey dahin? Du siehst ganz anders aus. Nein, nein, ich darf. Du immer. Hä, das leuchtet zu komisch. David Hasselon nennen wir ihn auch damals in der Schule. Hasselon. Hast du das? Hasselon's AWP? Nein, ich hab'n normale Sniper einfach. Die sind da oben, die Affen. Alter, Riki, Hockey hat auf dich geschossen, oder? Wie Hockey hat Mogi geschossen? Nein, ich hab'n nicht auf... Ja, und jetzt? Hä? Hatte ich ihn nicht? Seid ihr spiden? Nein. Oh mein Gott. Ach, Gott. Bulli, komm. Wo? Der Deck ist tot! Nein! Nein! Ihr Scheißschweine. Du hast auch noch meinen Zieg getötet, Hockey, du Arsch. Alter, was soll ich denn machen, oder? Oder? Der war da so schön, ich dachte... Oh, der holt? Der stand neben mir. Ja, aber du hast nichts gemacht. Ich hab da so ne Halbschule oben auf dem Dach geschildert. Ja, man hat auch mal Spaß zusammen. Sorry, dass du dein Leben keinen Spaß hast. Ich hatte Spaß. Ich hatte mega Spaß. Ja, scheiß drauf. Ist doch okay, oder? Freu dich doch! Wo bist du denn? Dann lass uns mal zusammen es tun, damit wir jetzt. Ich bin... Du wirbst gerade so, als wärst du irgendwie mein Feind. Ne, ich bin dein Freund. Oh, warte, hier sind beide. Maip und Pulli, ja. Okay. Ich weiß nicht, was das sollte. Ich auch nicht. Er war Traitor. Okay. Gambler. Oh, die sind alle leer. Wer lebt denn da noch? Also ich lebe mit Johnny. Also du und Ricky. Ne, Johnny ist tot, oder? Ja. Warum hast du dich nicht geschossen, Ricky? Ich wollte abwarten und nicht im Moment, dass das Johnny dich nicht dabei sieht. Warum hast du nicht ne Taube reingeworfen, oder? Nein, wir waren... Das war so seltsam. Wir waren in Love, ne? Er hat ihn da oben erschossen und Ricky hat nichts gesagt, deswegen war ich so verwirrt, was er gerade passiert. Ja, und dann stehst du da. Er hat Mogi erschossen, was halten wir eigentlich davon? Ich weiß ja nicht... Wieso, wenn sie's... Ich hab doch gesagt, sie sind's beide. Nee, stimmt. Was soll ich denn dann machen? Sie einfach umbringen bei... Es ist n'weit. Er hat Mogi erschossen. Hätt's doch einschießen können. Hab ich doch... Ich hab doch... Du hast doch gewonnen, Johnny. Ja, ist doch alles gut. Du hast doch gewonnen, Johnny. Wieso? Ich hab doch gar nicht diskutiert. Das ist interessant. Von... Hier kamen die Schüsse von hier in der Gegend. Ah! Ah! Weg, weg, weg! Verpisst euch! Okay, ich geh da schon chill. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Okay. Ah! Ich glaub... Ich glaub, Johnny ist gerade gestorben. Er hat immer solche Geräusche, oder? Ich hab gesehen, Maeve, 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 Maeve. 100%ig Maeve. Maeve, wo ist er? Es gut, ich hab ihn one shot. Echt jetzt? Maeve war Traitor. Oh scheiße. Johnny war... Johnny war... Johnny war Cupid. Mmh. Cupid. Oh, das ist ja gleich einiges. Ah, Angelo. Nein. Nein, 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 nein. Wollen wir eine Pizza essen gehen, oder so? Wo bist denn du Süßer? Ah, ich bin hier auf der Terrasse. Du bist hier meinen schwitzigen Körper in der Sonne regeln. Boah, der heiße. Okay. Hey, ich seh dich nicht. Ich schwör, ich seh dich nicht. Vorhin war's noch bei mir, weil es für Maeve... Ich bin im Kinderzimmer. Hier ist ein Simpsons-Poster. Warte, im linken oder im rechten Haus? Keine Ahnung. Links oder rechts? Keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht zu politisch werden. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Na gut, okay. Alles klar. Dann lass dich in Ruhe. Ich denke, ich wär bei... Oh, ich bin hier. Hallo. Rikki lebt eigentlich noch? Wenn wir die Nachbarn rauswerfen würden. Lebt Rikki noch? Nee. Okay. Dann, das heißt Fully straight. Okay, easy game. Was? Nein. Ja, der ist ja ein Snack einfach. Ah ja, Fully ist es. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts getan. Ist Fully bei dir? Fully. Oder wer? Fuck. Ich wollte einen Snack! Bitte nicht. Jolly hat uns verkoppelt, musst du wissen, Fully. Warum hat die Liebe nicht gewonnen? Ah. Weil wir beide... Weil wir illustriert waren. Ah ja, stimmt. Aber ist okay. Wir wussten trotzdem dann, dass wir einander haben. Und trotzdem hat die Liebe gewonnen. Ja, ich hab deine Leiche gesucht. Ach so. Ach, du konntest mich wiederbeleben? Ah ja, stimmt. Ja, ich wollte dich wiederbeleben. Ich hab den Leiche nicht gefunden. Ach ja, Fully. Fully, im letzten Part warst du da Mesmerist und hattest so ein wiederbeleben Ding? Ja. Warum hab ich's denn über... Ja, aber ich hab's gesucht. Und ich bin gespannt in deinem Video dann. Also das ist wirklich so seltsam. Wenn es da ist... Auf der 8 ist es glaube ich, ne? Wie kann ich's denn denn überlesen haben? Nee, nee, auf der 7. Vorsicht, Vorsicht. Ich hab doch gesagt, Vorsicht. Ich hab doch gesagt, Vorsicht. Ach, das ist ja verstanden, oder? Ich hab keinen Vorstand genommen, Fully. Ich glaub 7. Okay, gut. Hattest du ne AK vielleicht zu dem Zeitpunkt? Wen würdest du aktuell als Strater beschuldigen diese Runde? Ich glaub ich hatte ne AK, oder? Wenn du ne AK in der Hand hattest und dann Mesmerist wirst, dann kriegst du wahrscheinlich kein Item auf die 7 mehr. Folge mir. Was passiert, wenn er jetzt in Nussland ist? Muss ich dann dran glauben? Ich muss unbedingt gucken, dass ich die AK nicht auf die 7. Nee, aber ich werd mal nachprüfen. Die muss weg von der 7, die AK. Das ist scheiße. Fully, wo bist du? Hier. Hi. Ah, hier. Fully ist hinter dir. Ja. Aber Junior, hast du das verstanden? Weiter machen. Das muss ich mal nachschauen. Nein, weil du ne AK hattest. Ich seh irgendwo meine Waffe. Der Meg, der läuft auch nicht. Der ist ins Haus geflogen. Ja, aber ich weiß nicht. Ah, ich hab... Der AK. Ja. Oh. Der AK ist auf der 7 und deswegen konntest du nicht... Johnny kannst kurz stehen bleiben. Verstehe. Das kann wirklich sein, ja. Wer hat meine AK geklaut? Äh, ich, warte. Du scheißt jetzt alle nichts. Ja, ich hab mich doch mal kaputt, bis die Zeit abmacht. Kein Geschehen Officer. Ey, was soll ich... Nein! Er sagt Johnny, es ist während ich kaufe. Ich hab nicht gesagt, dass du's bist. Nein, das hat Maeve gesagt. Ihr bleibt einfach stehen. What the fuck, wieso lebe ich noch? Okay, Maeve, ich bin inno. Ich bin inno. Ich bin inno. Äh, Ricky ist. Wo ist es? Ich muss fliehen. Ja, Johnny... Johnny wurde grad... Äh, also... Mocki wurde grad weggesend. Aber dann löst sich das auch. Johnny war neben ihm. Jetzt. Aber ich hab... Johnny ist safe nicht. Dann ist... Johnny war... Was soll sich auflösen? Ja, ja. Hast du... Ich war kaff... Safe... Äh... Bist du noch handcuffed oder was? Nein, nein. Ich... Wir holen das Ding easy. Wenn ihr wirklich beide euch vertraut... Wart mal. Hier wurde ein Disco reingeworfen. Boah, ich kriege Angst. Ja, hier oben. Ich hab alles vorbei. Aber... Gott, ich hatte so'n Pech mit dem Bluebird. Ich bin so dumm. Gerade als ich den werfen wollte... Ich hab die Disco... Ist jemand aus meinem Fadenkreuz rausgegangen. Pass auf. Ich hab den... Ich hab den Shark gestorben. Nein, pass auf. Weißt du was... Nee, noch viel schlimmer ist? Ich hab... Ich hab die Disco-Combulator runtergeworfen, um euch hinzulocken. Und es hat die Sharkbomb nach oben geschmissen. Auf mich drauf. Oh, Mann. Oh, was? Wie bist du nicht? Oh, no fucking way. Ah... Wolli, was war bei dir passiert? Nie Glück. Ja, nie Glück. Was war bei dir passiert? Du hattest eben was zu erzählen. Ach so, ja. Ich hatte den Bluebird. Ich wollte den gerade werfen. Und genau in dem Moment ist man mir aus dem Fadenkreuz rausgegangen. Sonst hab ich euch alle erwischt. Und Maeve hat mich gesehen und getötet. Das war so anlackig einfach. Was ist das für ne dumme Leiter hier? Die Bienen? Aber die haben wir gar nicht mehr im Täter-Shop. Ist da... Ist da ein geheimer Eingang? Das ist ne Tür. Hast du die rausgenommen? Ja, da kannst du rein. Warum das? Oh, ich liebe sowas. Er schieß mich nicht. Ich will es erst mal angucken. Jo. Was war mit der Beanade vom Gambler dann? Falls ich sterbe, war es Fully. Ich schieß doch nicht, Johnny. Ja, aber falls es war was Fully... Äh, falls... Fully ist es. Wenn ich sterbe, ist es Johnny. Ey. Oh, Johnny, warum schießt du? Johnny! Warum? Johnny, hör auf damit! Oh, Johnny! Ich gehe! Warum? Haben wir nen Namen? Was Fully denn nah? Ja, der Fully ist wahrscheinlich nicht. Ja, der Fully ist wahrscheinlich nicht. Der hätte ja wahrscheinlich auch mal einen Schuss abgefeuert. Hat er nicht. Ey, Melo. Ich hab mir weh getan. Ich hab schon vom neuesten gehört. Riki ist immer noch bei der Waffenwahl. Ja, ich hab keine vom neuesten, Alter. Ja, und check mal hinten im Garten, Alter. Check mal hier. Wollen wir ne Wasserschlacht machen? Jaaa! Wie wollen wir die denn machen? Ich hol' ein paar Wasserbomben und dann, äh, du den Schlauch. Äh, ich hab den Schlauch. Ich hab die Wasserbomben. Ich hab die Bomben. Morgi, zeig mir deinen Schlauch. Ich mach jetzt nicht wirklich eine, oder? Soll ich dir hoch helfen? Jemand hat gesprayt, das Garten-Gift verschwunden. Wusstet ihr, dass Wrigley's Experiment aus dem Automate genommen wird? Ich hab ne kleine Ahnung. Ist das etwa das, wer nimmt von Wrigley's? Von Wrigley's, ja. Von Wrigley's? Hä, Wrigley's macht kein Kaugummi mehr. Juli und Riki ist alles gut, baub ich? Ist das nicht der Typ von... Hä, wieso denn? Wollt ihr euch mal entspannen? Was ist denn? Was redest du, Johnny? Ich mach doch gar nix. Aber ist Wrigley nicht der Typ von... Von... Von Dr. Oet... Nee, hier von... Von Dr. Oetker. Ist das nicht der Typ von Dr. Oetker? Ich war denn Megaman. Oh, Johnny. Das ist Dr. Whitey. Das ist Dr. Whitey. Wrigley. Wrigley, Alter. Wrigley's Huba-Buba oder Wiley's Orbit. Okay. Ey, Johnny, ist Wiley der Gute oder der Böse, Doktor? Äh... Der Böse. Yes. Der Gute los. Wie heißt der... Oh mein Gott, man kann hier einfach so rüber? Ja. Shit. Wie seid ihr ins Haus gekommen? Ja, man kann auch von hier aus. Das ist ein Leiter. Das ist ein Leiter. Wie heißt denn nochmal der... Der gute Doktor? Light. Light. Ah, der ist Light, wie das Licht, das aus seiner... Äh... Äh... Aus dem Arschloch gekommen. Mega Man hieß Rockman, weil das eine coole Musikrichtung ist. Ja, und weiß wie seine Schwester heißt? Roll, wegen Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Das sind coole Fakten. Und was mit Dennis Rockman? Den kenne ich nicht, ne? Der schießt, ne? Der schießt, ne? Wer hat geschossen? Ich hab Fallschaden genommen. Und ich hab ein Fenster aufgeschossen, sorry. Und ich hab ein Fenster aufgeschossen. Warum hast du es nicht aufgeschlagen? Ich bin viel zu schlecht darin, zu Waffe zu switchen. Schreie. Schreie. Das dauert zehn Sekunden, wenn ich das machen würde. Ricky, was ist das eigentlich für eine neue Leiche von Pulli gefunden? Nee, es ist ein bisschen fast... Das ist eine Sword auf. Also... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Johnny ist es, weil... Oh, er hat auch Schaden. Ich mach aber legit nichts. Sig hat auch Schaden. Ja, aber ich komm... Machадier,��! Falschaden. Nee, 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 nee. Ich komm... Ja, Ricky ist es? Ja... Ich glaub auch. Ick, слушила니, ich glaub auch. Ich glaub... Ricky ist es. Vicky ist es. Ich glaub sowas ist ... väterftig. Rikkoch. W Campus. Ja, ja, ja. ich habe ich wollte gerade sagen vor diesem keller tot und letzte persönlich gesehen hat man wirklich okay sehr gut hier liegt ein blubber sitzt hier einfach und ich habe ein show wie ich habe seitdem gefunden wird sie haben es ist krasseste kleiner hier alle zeiten oder sie haben die liegen da ich habe es ein vogel ich darf die leben aber die sind dumm dann greifen uns selber damit also oder die soll ich nicht einsetzen wenn du wirklich du warst nein 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 du kriegst den oscar von mir ist auch nicht hier folgen oder macht ihr das angst wer folgt mir ruhig okay wer lebt noch ja 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 es ist auch mogi lebt doch ich habe ja gar nichts zum schießen oh mein gott nein ich habe nicht gemerkt dass die ganze über mit einer leeren waffe das war mein gott und vorhin hatte ich angst ich hätte ich gehabt ich guck da nicht hin ich wusste nicht ganz wie ihr mich nicht gekillt haben konntet aber ich habe das ja johnny hat einfach nicht geschossen dann erst mal nach drei stunden gewechselt was nein das ich hatte auch nicht von der situation redet folie redet mogi aber nicht am ende warum lang gebracht warum lag dann homing die taube unten weil die mich getötet haben bevor ich die benutzen konnte ok brandgranate karte ich hasse sich ich gucke nie auf diesen gelben also ob ich meine position habe ich gucke auch nie ob ich mal nachladen müsste man immer macht vielleicht sollst du bei schultern drauf achten nicht immer noch kriegt ja er hat in mein geschoss geworfen ja ich habe auch schüsse ich habe keine position was mache ich jetzt nicht erst so schnell erst vorne wo seid ihr denn wieso hat diese waffe die ich immer hab so wenig munition oh mein gott er ist so schnell schilder mal ich bin pass auf ich bekam dass ich schneller bin und dann habe ich noch die suitcase wo scheinbar detektive tickets bekam da bekam ich ein stamina ab das ist die map deswegen achte ich auch sonst nicht auf munition weil hier hat man so wenig ja und ich muss mir von euch so viel anhören ja ich fühl mich bei bei technik aber nicht als würde ich das spiel okay klar ist es eine aber es ist mir kommen jetzt ja ich hab hier was schon mal wer meine terrasse ist doch oh mein gott chili 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 im haus pass auf leute okay morghi chili im haus chili chili im haus wir haben also morghi hat zu seinem trader vor sich gesagt das ist wahrscheinlich tot ich gehe mal hier rein ricky ist tot ich kann nicht nachladen erneut die politik kommt auch raus wirklich das ist so smart auf der web ich komme nicht durch hat jemand von euch nicht coolen schild ich habe so ab wieso doch die tür nicht zu ich kann mir nicht mal was kaufen der homerun bett bringt mich jetzt nicht so viel nein nutzt den da lag doch gerade eine waffe das könnt ihr nicht nehmen oh goddammit oh man unendlich munis übrigens echt geil oh scheiße du hast 255 minus kammer bekommen weil ich reingelaufen bin ich hätte mir keine fucking homerun bett kosten soll aber das ist die homerun bett map können wir im homerun bett kampf machen ne ich mach der homerun bett du hättest zu ein duell herausfordern müssen jetzt gerade ja stimmt ich hätte keine Punkte mehr was hätt ich machen sollen ja natürlich mach mal so ein homerun bett ich mach mal so ein homerun bett das ist okay finde ich das ist ja super op wie du so rum fliegst und alles das ist ja super op das ist ja super op das ist ja jetzt nicht so ne aber das ist echt er ist nie zu schnell ich werde angeschossen von moggi 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 super schnell moggi super schnell moggi ist schon wieder so schnell holy shit hab ihn ey Hockey ne hier nein Pulli Pulli Come on Ja Alter die monettliche Munition ist ja insane wieso waren meine es ist die eine Runde wo ich mir ein Snipergewehr hole und da ist ne Schießerei sonst hätt ich Volli doch easy gerackt das weiß ich wie es ist wieso waren wir nicht so dass äh das verhältliche Munition und diese Schieße warum holst du das überhaupt he das ist äh wenn man endlich Munition ist dann bist du sehr broken es ist viel zu stark aber meinst ist dann mit der ab nicht so schnell ich dachte moggi ich dachte moggi rast hier schon wieder durch die Gegend hat er ja auch ne aber es war einfach viel zu stark wir beide haben uns instant infinite äh Ammunition Gold Hallo Rikko Hallo Rikko Hallo Rikko Rikko Mania Rikko Rikko Mania ohm ok wenn mich Mayfair schießt ist er es es wird revealed 1 2 Sekunden 1 2 Sekunden das hast du gut erkannt Riecht euch weg seid ihr alle im Haus du hast mich schon längst getötet eigentlich Ja moggi komm rein wir haben eine Party ich bin schon in der Küche ich koch was komm rein komm bitte rein Jörg setzt euch ok wir sind nicht geändert ne ne ich schau mich an doch das funktioniert ja das funktioniert ich habe einen Bowser gehört bei mir hat sich auch immer geändert ich habe auch einen Bowser gehört Jungs nimm Platz es ist ein Frühstück gemacht ich chill ich chill was für Frühstück ich hab Bowser gehört ihr kommt her Jungs es wird hier ein Frühstück gemacht Sonntag ist der schönste Tag Mogi ist Traitor bestimmt Mogi ist bestimmt Traitor ich treu ihn nicht das ist ne Playmobil werbung shit der explodiert was oh Gott was war das oh Gott was ist denn Junge warum warum Fuli er war so oder ja ok aua what the fuck Fuli war's oh nein Hockey du bist es oder nein es muss Hockey sein nein warte 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 ich bin Werwolf warte ich wurde gerade geboostert ich bin Werwolf warte so ne scheiße ok ok Riki lebt ja nicht mehr ok ja ich weiß dass nur du lebst weil ich Werwolf bin Bro was spielst du überhaupt wir sind die einzigen beiden ich weiß dass weil ich geboostert bin ach so warum versuch das überhaupt aber zum Fick wo warst du alter what the fuck wo ist denn ich hier bin ich lieb den Werwolf geil Jesus Christ können wir mal drüber reden zum einen das weiß ich erstmal was den Werwolf glaub ich aktiviert wurde super geil Fuli Gott ich ich versteh langsam was die Leute in den Kommentaren meinen immer Fuli kommt immer zur Falsch Schlussfolgerung aber es ist trotzdem richtig ja ja und es ist trotzdem richtig aber wir wünschen dann trotzdem den anderen Traitor random das sind nicht nur die Leute in den Kommentaren das sag ich schon seit Ewigkeiten hey 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 was war das das ging immer schon ihr tötet mich aber auch einfach voll oft einfach so tut mir nicht so als ob ihr nie einfach so drauf los schießt endlich Verzeihung ich bin hier der mit dem niedrigsten Karma und ich kann sagen ich mach sowas nicht ich machs jetzt auch nicht mehr so das kommt daher weil ich mehr will jemand fliegen will jemand fliegen wer will fliegen ich will gern fliegen also du stirbst halt aber du könntest fliegen ja ok oh du landest auf dem Haus könntest du leben nein wir leben wieder nein ich schau jetzt nach ach Gott wo könnte der gelandet sein ach du scheiße warte mal kurz ich gebe aufs Dach ich weiß nicht von wem wo ist er denn gelandet hier hinten ganz oh Gott ist Mogi weit geflogen ja gut ähm das ist richtig richtig Riki willst du vielleicht ein ja war ich jetzt beide ist es Riki ich wäre dafür da gewesen Fully 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 so schlecht wow hä ich hab nicht ganz kurz ich war Verräter aber ich konnte nichts kaufen und hab aber schon random Sachen gehabt ja 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 ne nicht Gambler dann hat er meine Leiche nicht gefunden weil sie zu weit geflogen ist und dann sagt er am Ende Fully so schlecht hä hä aber ich hab gewonnen also ja hä was versteh ich nicht du hast dein Teamkamerad gekillt und dann wolltest du die Leiche finden und hast du nicht gefunden hast du dann aufgegeben du wolltest fliegen und dann sagst du das ja wie ich hab aufgegeben wie sie denn aufgegeben die Leiche nicht gefunden ich hab sie doch am Ende gesehen sie lag hinten im Garten Johnny ich bin nicht Johnny aber ich musste halt noch auf Riki schießen ich weiß wirklich nicht was du weißt ich bin sehr enttäuscht von dir um ist Riki es ist Riki Riki hat auf mich geschossen Johnny was machst du da? ich guck ich zieh auf Maeve so ist das ja ok ja was wonach sagst du denn aus Hocky bist du im Traitershop keine Ahnung ich weiß nicht in dem ich ziele das sieht man doch hey es ist so ein Hallo Mogi Mogi es stimmt gar nicht hä Mogi woher ist denn Johnny überhaupt gestorben Mogi Mogi Joni und bist nur gestorben Roni bist nur noch du da oder Mogi ist noch jemand sonst da? bin ich alleine mit ihm? es ist noch Maeve da du kannst doch sehen Maeve? ja soll ich grad da kaufen ja mach mal hab ihn hier vorne er hat eine Katze er ist tot die Katze ist ja mal scheiße Gute Runde Mogi Gute Runde Mogi besser als ich wir fanden dir meine Schauspielerleistungen von Rikki schießt auf mich also ich wollte dich direkt umbringen aber Folie hat mich entsorgt in dem Moment ich hab alle abgeräumt ne ne nicht alle sonst wärst du dran gewesen jetzt überdreht man mich von dir ja ich wurde von einem Hocky ja dich hab ich nicht getötet jetzt war nicht jemand sein ja 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 es tut mir leid wenn ich Traitor werde dann geht's jetzt richtig los was du bist Traitor? wait was war das? hast du nur gewackelt? ja ich hab gesagt da geht's richtig los ich wusste nicht dass das so aussieht Rikki? ach das ist ja voll stark ah oh Gott nein nein warte 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 ich hab den Bett genommen aber ich hab mit drauf geschossen ich hab nur keine Munition mehr wieso war Rikki so auffällig was soll denn das? ja aber wieso ist Moggiers denn auch? nein was denn? wer hat das getan? wieso ist denn Rikki auf seinen Moggiers hä? weil Rikki ich kann's erklären Rikki waren zu sieben denn oh mann können wir mal ganz kurz darüber reden dass Rikki ankommt als Traitor mich in sein Team als Liebender holt ok Rikki fliegen fliegen den Baseballschläger zieht ich hab ihn nicht geholt 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 du hast mich einfach in den Tod mit reingezogen ich wusste nicht dass du plötzlich Detektum dass du plötzlich im Team sind ja was hast du gemacht ich steh doch da ich wäre eine lustige Baseballschläger oh wer war denn Amor letzte Runde? ich war Amor ich wollte dass ihr so eine coole Runde macht auf einmal mit dem Bild ok warte ganz kurz stop ich bin Detektiv ich hab es in der Hormone im Bett gekauft ich möchte beide Traitor ich möchte gegen beide Traitor kämpfen in der Ecke und ihr schießt nicht drauf das hätten wir eben schon machen können weil Hockey ich seh nur Rikki Mania ist nun der Verliebte und dann seh ich wie den Baseballschläger zieht und wie Leeroy Jenkins dann kommt ihr hinten in den Garten bitte wo die Waffen sind wo wir spawnen mit dem Baseballschläger wer will von den Traitern hä? komm na wie wer will ihr soll das ihr müsst das machen komm her einer von den Traitern kommt komm jetzt Traitor macht doch Mogi versteckt sich und sagt auch nichts Hockey jetzt komm her ich weiß was du willst verdächtig ich glaub Mogi wurde direkt am Anfang umgebracht Schaf oder Mogi ist der Schaf oder Mogi ist der Schaf Hockey komm jetzt ich bin innerer Hockey ist das wo kam der geflogen ok danke der Junge na warst du's wo hockt der Typ mit dem Schaf ach man wer war nicht das mit dem Home Run Bet hey 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 ey Rik ich bin's wirklich nicht lass es Mogi wir tragen das jetzt aus oh perfekt ich bin Gamebler ich kann nichts kaufen wirst der andere? hm ich habe den Traitor umgebracht kann ich reden bin tot wie ich bin der andere Rik hat geredet obwohl er auch tot war was war das denn wer ist der andere so während er schon tot ist sollst du mir noch irgendetwas bringen Oh, Hilfe Ach, es war Hockey die ganze Zeit über, oder? Oh mein Gott, er saß von Anfang an auf Ich hab wieder keine Muni, ich bin so dumm Wieso ist die Wand so grell? Finde ich hier irgendeine Waffe, ohne direkt in Hockeys View zu laufen? Warum liegt hier nichts? Warum ist nur draußen shit? Okay, Hockey, bleibst du auf dem Dach, oder? Ja Wie machen wir das jetzt? Fully lebt? Aber ich dachte, das war Hockey Wo bist du denn, Johnny? Komm Ähm Bisschen schwer zu erklären Was? Ähm Also ich bin dir ziemlich nah, soviel ich weiß Achso Du bist also direkt unter mir Falls du da geblieben bist, du warst, ja Ja, das Problem ist, ich komm hier nicht runter Wie komm ich da hoch? Oh Gott, wie kommt man da hoch? Naja, ich wurde geschlagen Verdammt Nein, lieber Ich hatte nur drei Leben Dass die nicht wiederbeleben Ja, ich konnte nicht wiederbeleben Warum? Ich wollt Maeve wiederbeleben und ich hab's auch nicht Aber warum bist du nicht? Ja, okay Das ist gut zu wissen Aber warum hast du nicht mit mir gekämpft? Ich war so verwirrt, dass ich den Mesmerist nicht bekam Wir konnten beide nicht zum Traitor-Shop Oh Gott Okay, ganz kurz Aber jetzt Fairer Kampf Hinten bei den Bei den Waffen Hinten am Im Garten Die Traitor gegen den Detective Ich hatte übrigens, falls nicht Leute fragen, wo ich keine Waffe geholt hab Ich mein, Fully hat mich direkt umgebracht Weil ich zur Waffe geholt Ist das denn zu glauben? Falls du das aber schon so vorbereitet hätte Maeve im Traitor-Shop wie ich sehe holt zum Baseball Schläger Ich sag mal Maeve, komm hierher Aber es ist komisch, dass du den Baseball Schläger hast Du bist so neugierig, Alter Das war doch noch nie so, oder? Ich bin nicht neugierig, genau So komm her Ja, ich mehr und ich Könnt auch nicht, nicht, nicht schießen Sag mal, Johnny, wir wollen fernen Kampf Ja, ist echt so Das ist doch kein fairer Kampf, ey Aber wenn er mich umbringt, ich bin doch nicht Teil des Kampfes Oh, du bist auch Oh, ich dachte, ich käme mit Ricky Ich hab mit Ricky gekämpft Oh, nee, dann hätte ich mich ja morgen umlegen lassen können Warum gehst du jetzt einfach Leute, die keinen Baseball Schläger haben? Das ist doch gar nicht der andere Duell Natürlich Ich wollte eigentlich jetzt zum Duell mit Ricky gehen Und mir wird vorgeworfen, ich schieße Ja, du hast Hey, du hast geschaut Alle in den Kommentaren, die dafür sind Alle in den Kommentaren dafür sind das Pulli schuld Ich würde schreiben, jetzt Pulli ist schuld Hey, hey, hey Ich hatte mein Duell gegen dich und ich hab gewonnen Also Ich hab gewonnen Wir hatten ein faires Duell Ich hab gegen ihn gekämpft, ich hab gewonnen Nachdem Pulli als hinterher hält sich diese Johnny-Sache da abgezogen hat Kauf dir, kauf dir, kauf dir Ey, die mal hat gesagt, dass ich nicht immer anderen schlafen darf Okay, shh, shh, shh Ruhe Ich hab das Gefühl, vorne auf den Straßen gibt's gleich die Schlägerei Jungs Wir sollten gucken Oh mein Gott, ich hab das voll auf der Flägerei Da sind im Garten Okay, in den Garten Nicht töten Du kämpfst ihn, Maeve Okay Fully ging ich, okay Ich bin noch nicht in der ersten Runde schon vertreten Aber wenn ich gewinne, lass mich noch neben, ja? Warte, warte, du hast nicht kämpft Ich bin innocent Oh shit Holt euch innocent Warte Kommt man nach oben Der kommt ja nicht mehr ran, der ist auf dem Dach Doch, warte, ich komm ran, ich komm ran Warte, warte, warte Wir können ja coole Kampfmusik von Ricky bekommen Hast du ne Teleportation? Komm mal her Ah, na klar, natürlich Warte, ah, das ist das falsche Menü Entschuldigung, das war das Abwehrmenü Man kann leider nicht, in diese Tür kann man leider nicht reingeben Warte, ich muss den Jetpack kaufen Warte, warte, warte Dieses Haus kann man nicht betreten Ruhe jetzt Ich glaube, er liegt auch noch auf Bauen zu da Wir kämpfen auch noch nicht, Ricky Dann nehmen wir nicht einfach den Baseballschläger vom zweiten Traitor Ach so, du meinst den Baseballschläger Ja, den sehe ich nicht Ja, den sehe ich nicht Wo ist der denn jetzt hin? Der liegt gar noch Wer hat den mitgenommen, wer hat den Baseballschläger So klein bin ich auch wieder nicht Ah, der liegt ja unten Er liegt ja im Garten Ich wollt grad sagen, Detective, wir haben ein Rätsel Und da ist mir aufgefallen Ich Oh, ich bin auch Der Detective Oh mein Gott, Leute Wir haben ein richtig dickes Problem Was denn? Was denn? Seid nicht so hart zu dir, Maeve Und Baseballschläger sind beide Alter Mocki, was soll das jetzt heißen? Warte mal, warte mal Die sind beide auf der 7 Warte mal Warte mal Kannst du den Baseballschläger rüberwerfen? Über den Zaun? Ich versuch's Guter Versuch Klappt nicht so gut Wer ist ein Traitor? Wenn ich den Killer kriege, die Detective Punkte Dann kann ich rüber gehen Es ist keiner mehr Traitor Maeve ist der Traitor Maeve ist der Traitor Ich hab mich rüber geworfen Hier drüben bist du da Hier drüben bist du da Hier drüben bist du da Ich hab mich rüber geworfen Oh Oh Warte, warte Warte So Ganz kurz Ladies and Gentlemen Das kommt mir um den Baseballschläger einher Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ich hab nur einen Punkt Wollt mich verarschen Du bist super schnell Du bist super schnell Dann sprinte ich nicht, okay? Nee, nee, ist okay Mach ruhig Dann hab ich's ja auch Steht bei dir 1,3 da links in der Ecke Ja, 1,3 ja Was? Oh fuck, das war knapp Junge Sie haben sich berührt Nein Oh, das war so knapp Oh, der Baum Der Baum Der Baum hat den Schlag geblockt Alter, was geht hier denn ab? 10 Und Mogi wurde geschlagen Warte, warte 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 und hockey nimmt nicht auf ich hatte es ich habe es schön richtig lecker warum ist es weniger sonnig damit geworfen ist die wolke gerade vor die sonne bitte hallo war hast du morgen morgen ist nah so schnell oder er hat er noch so sterb ich noch ungewöhnlich okay wer von euch dreien ist traiter aber im baseballschläger steht auch wirklich links ecke dass man ein bisschen schneller ist und ich sage ich möchte aktuell sehen mit crowbar zwischen folie und johnny das funktioniert ja überhaupt nicht ich mag es überhaupt nicht dass ich jetzt nahe die meine leiche da liegt und trotzdem die runde noch läuft das war ein heldenhafter einsatz ich habe ihn auch gleich nein ich habe ihn gleich ich habe wirklich gleich ich müsste ich bei mir stand vier mal minus 20 bei johnny also hat er auch fast sein zwischendrin der die musik abspielt einfach genau als das match vorbei war genau als das match vorbei war habe ich den kopf gezielt ja aber auf jeden fall ein epischer kampf und leute ich bin so lange gedauert mal ein paar hits zu machen es ist auch wirklich anstrengend die augen zu folgen unendliche munition ist auch gebannt oder ja wann wir das jetzt offiziell vielleicht aber sonst eigentlich nicht oder also ja oder nein auf der map gebannt weil ich ganz was ist denn hier mit dem licht los nicht gewandt ok ok das heißt gehen wir dann nehmen wir jetzt ein paar aufhänge das war ja nur proberunden oder ja das war eine proberunde es läuft sich schon seit 37 minuten was machst du an der runde rick ist nämlich so an mich reingelaufen als ich in die luft geschossen habe ich habe versprochen ich habe versprochen ich habe versprochen jemand läuft in meine folge oh gott holy grenade oh holy shit warst du das mit ja war ich achso fuck ja war ich alter oh du hattest du noch drei schuss wow was hast du mit der ist ja schwul nein oh nein das habe ich minuskarma nein nach der runde nach der runde nicht nach der runde verloren was ist das für ja du aber du hast aber besonders vermieterische ich hoffe haben sie gut ah letzte runde letzte runde schon na vorletzte runde wer hat jetzt soviel geschabern hat ja weil moggi ist rausgeflogen deswegen ja man hat zwei würde ich sagen ja von die auch ja man hat auch mal ja 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 johnny ist es johnny ist es johnny ist es johnny ist es hör doch auf warum ricky chill doch okay moment darf ich ricky umbringen dafür ich fand ricky ganz schön sus dafür ich hab voll viel schaden jetzt deswegen bekommen kann ich gehalten ja weil du so sus warst nein er hat ich war nicht mal da wo ricky ist dann hat er vorsicht oh gott granatata heisse kartoffel okay okay und was oh ricky was war das denn diese runde von dir was aber warum hat er denn also hat ricky einfach nur wieder schabernack getrieben ja aber vielleicht hat er auch die wahrheit gesagt und johnny war es wirklich ich hab wirklich nichts gemacht aber die frage ist was hat johnny gemacht oh er verneint es nicht er verneint es nicht Leute müssen warte bin ich gemutet ne 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 du hast gesagt du hast nichts getan ich hab nicht verstanden du hast nur gesagt du hast nichts gemacht aber nicht dass du traiter ich bin nicht traitor ich bin detektiv hör jetzt auf äh johnny ne 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 pass auf folgende sache folgende sache okay mal eine artetut und denen wir die böse sind ah ich habe viel zu weit gebraten ich habe pulling getötet er war äh traitor johnny ich bin's nicht immer noch nicht nein bin es wirklich nicht ach scheiße er ist ja schon hier Ich hab doch noch nichts in den Tradershop gekauft, ich wurde wirklich von Ricky gesasst ohne Sinn. Darf ich das kurz anmerken? Ja das stimmt, mir war einfach langweilig. Oh ne, das bringt mir nichts, es wird unentschieden oder? Unentschieden gewinnt die Trader dann aber, laut Statistik. Da steht dann unentschieden. Nice! Let's go! Wow Mae, als ob du auf der Basis, dass ich mich umgedreht habe, das für mich deswegen erschossen das wirklich. Aber Ricky, was zum Fick? Ich wurde so gesassen. Ganz kurz, stopp. Ich meine, ich war es aber trotzdem. Ganz kurz. Ich hab nicht mal gesehen und er hat gesagt, Johnny ist es. Was sollte das? Ich war wirklich Traitor. Das hier ist jetzt die offizielle letzte Runde. Danach treffen wir uns alle mit Crowbars im Garten und machen einen riesigen... Ich will nicht schon wieder einen Crowbar-Runde machen, Ricky. Gar keine Lust, Mann. Ich hab so Bock auf Grillen. Alter, ich hab keine Lust, Mann. Ich will das nicht. Scheiße. Wenn du dich umdrehst, wirst du erschossen. Ist der Harry Potter? Ich drehe mich nicht um. Ich werde gleich weg sein, okay? Dreh dich ja nicht weiter um, nicht umdrehen. Nein, wir können noch drüber reden. Hockey? Hockey, hast du da jemanden erschossen? Nein. Ich bin Hockey-verdächtig. Maeve hat doch gesagt, nicht verschwinden. Hä, was laufst du? Die beiden... Maeve ist doch hier. Ja. Oh Gott! Boah! Gott, hilf, 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 hilf! Possi, possi, possi! Fuck! Ja! Hockey, Hockey! Nein, er ist da drin. Wo, 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 wo? Da im Schlafzimmer. Genau da, wo Moggy reinrennt, glaub ich, oder? Schlafzimmer? Nein, Ricky ist es! Ricky! Oh, Ricky? Ja! Oh! Hockey ist auch noch. Was? Nein! Doch, es war wirklich okay! Oh scheiße, Maeve, du warst es nicht! Du hattest recht, Philie. Also sowohl mit Hockey als auch mit Hockey. Wie, die Traitor-Leistung an der Stelle. Ich fand so viel lustig, dass das das... So war im Garten, oder nicht? Das ist der Zocker-Trick. Maeve will verschwinden und ich sterbe. Ja, und dann verfindet Johnny. Wenn wir nicht zurückgekommen, wär wär ich weg gewesen. Da-da! Okay, dann nicht. Was ist das passiert? Letzte Runde? Reguläre letzte Runde, oder? Reguläre letzte Runde. Alright. Uh, jetzt wird's ne geile Runde, he? Die wird geil. Und dann kommt die Bonusrunde und die Extra-Bonusrunde. Uh, Detective! Und die Super-Bonusrunde kommt auch, ne? Gib mir was geiles, Johnny, bitte! Hm, was möchte ich machen? Johnny, gib mir was geiles! Gib mir das, wo meine Traitor-Waffe draufgekommen. Was ist das geile, Johnny? Dieses Case-Ding da. Hey, ess lieber mal nen Apfel. Das ist ein Koffer. Gib, gib, gib! Nö, gut, die geht. Oh, geil. Ja, gib mir auch mal was geiles. Oh Gott, sorry. Du hast nen Fuß? Ja, ich hab den ausgeschluckt wegen der... Ausgeschluckt? Ja, es war wirklich ein bisschen so aus. Einfach so ein Herz ausgekotten. Irgendwie will ich, dass das Wort ausgeschluckt auch existiert. Schießt du auf mich? Nein, das nicht. So ess ich dich bilden. Soll ich Maeve proven, Johnny? Komm ich auch von mich. Maeve, du bist in Proven Anno. Ja, bin ich auch. Wait. Könnt ihr mal kurz in den Keller kommen? Ja, ich bin inno. Warte, warte, warte. Im Keller legt Hockey's Leiche. Oh Scheiße. Du hast geschossen, Maeve. Das war überhaupt nicht aus dem Gully. So. Schluss mit Lustig, Fully. Habe ich jetzt noch eine Kugel in der Gully? Und ich hab's gesehen. Das ist das Schlimmste. Scheiße, im Keller unten. Fuck. Scheiße, komm mal in den Keller runter. Hallo, ich will hier rüber. Oh mein Gott. Er kommt wirklich. Johnny! Er kommt wirklich. Ich wusste nicht, dass du den Keller meinst. Warte, bist du wirklich in den Keller runter? Ja! Ja, ist er. Wie funktioniert Dead Ringer? Ich dachte, ich würde jetzt wiederbelebt werden. Würde jetzt nicht funktionieren. Nur wenn du nicht One-Shot gekillt wirst. Tschüss! Das war nicht der Keller, du hast es ins Haus gelegt, okay? Auf dem Weg zum Keller. Auf dem Weg zum Keller. Ja, aber ich wusste nicht, dass es... Und der Sport einfach nur vorbei laufen und plötzlich die Bühne explodiert. Och Mann, das funktioniert echt. Das heißt, jetzt tschüss jetzt, oder? Das kann nicht sein, dass der Bühne explodiert. Das heißt jetzt tschüss, ja. Okay, tschüss! Tschüss! Tschaui! Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ja, ja, er hat sich in der Go-Nieglas-Shot. Komm in den Keller. Okay. Oh nein! Ich hab nicht okay gesagt. Nee.